Guten Tag, Marcel Poster vom Blog Ruhrgebiet Mitte möchte sich hier in diesem Audiobeitrag vorstellen und auch den Blog. Ich bin 53 Jahre alt, Blogger seit 8 Jahren und die Themen, die mich bewegen sind erstmalig das Ruhrgebiet und hier das Ruhrgebiet Mitte, also Bochum, des weiteren Kunst und Kultur im öffentlichen und geschlossenen Raum, sowie halt alle Fragen rund um Ausbildung, Ausbildung der Ausbilder und die verschiedenen Arten und Methoden, die ich entwickelt habe in meinem Unterricht. Diese Methoden möchte ich dann halt auch hier über diesen Blog anderen Leuten zur Verfügung stellen. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, gab es einige praktische Unterweisungen, die ich per Audio-Podcast hochgeladen habe. Als kleinen Ausblick möchte ich hier eine Slideshow von meinem Urlaub 2008 in Polen vorstellen. Der Kontext ist die IM in Polen und in der Ukraine. Das passt dann auch vielleicht und damit möchte ich auch einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Podcasts. Eine Information, die ich gestern erst bekommen habe, ist, dass das Festival Chemnade International in diesem Jahr zu Pfingsten in Bochum in der Jahrhunderthalde stattfinden wird und erfreulicherweise auch kostenfrei wie in der Vergangenheit. Viel Spaß beim Schauen meiner Slideshow und in Erwartung der nächsten Beiträge verbleibe ich, Marcel Postert aus Bochum.